Hallo alle miteinander, wie geht's, wie steht's? Hier ist euer Yoshi-Gamer und ich heiße euch alle herzlich willkommen bei Let's Play The Walking Dead. Zurück natürlich. Ja, wir haben im letzten Part die Episode 1 durchgemacht und haben leider in der letzten Episode einen guten Freund verloren, nämlich, ich glaube Duke hieß er. Wir konnten in der letzten Folge entscheiden zwischen Kali und Duke und wir haben Kali gewählt aus dem Grund, dass sie eine gute Schützin ist und in der Zombie-Apokalypse finde ich persönlich ist eine gute Schützin nicht ganz unbrauchbar und daher haben wir uns für Kali entschieden. Und ja, ich bin wieder mit Facecam da. Und ja, Episode 2 ist ja schon da, also werden wir Episode 2 starten und uns diese auch mal anschauen. Episode 2 lautet Hunger und Hilfe. Wir starten. Bin ich ja mal gespannt, was passiert. Wir waren ja das letzte Mal im Motor Inn und haben uns, haben da zu dritt gesagt mit Kenny und Lily. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Ich habe eine gute Idee für dich. Du bist, du bist, du bist, du bist. Du bist, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist. Ja, ich will meine Eltern kommen nach Hause. Und du? Du hast einen Blick auf die dritte Tür. Du bist unsere Beine. Du bist, du bist. Und ich bin Carly. Okay, Carly, du kannst dich in mit Doug. Du hast es, Boss. Sonne, eineinige Böse. Eineinige Böse. Wir sind mit ihm. Mit dem Blut enden, vielleicht. Keineinige Böse. Keineinige Böse. Oh mein Gott. Und ich gebe keine Scheiße über was zu dir passiert. Aber wenn irgendwas zu meiner Tochter oder der kleine Mädchen, die du mit dir hast... ...haha. Du guckst deinen Scheiß. Ja, das ist nochmal passiert. Die Spielreihe passt sich dem von dir getroffenen Entscheidungen an. Die Handlung richtet sich nach deiner Spielweise. Ja. Das wissen wir. Wir können ja eigene Wege wählen. Wir können wählen. Wer stirbt oder wie entscheiden wir uns? Auf welchen Seite stellen wir uns? Das ist ja alles entscheidbar und selber deine Geschichte zu wählen. Solche Spiele mag ich eigentlich recht gerne. Also solche Spiele spiele ich recht gerne, weil... Drei Monate später! Komm her! Komm her! Das ist ja alles. Was haben sie diese Zeit bekommen? Sieht wie ein Räbbit. Achso, das ist ein anderes Essen. Ich kann noch nicht glauben, dass wir all diese Kommissary-Füße durch drei Monate gehen. Das war so viel an der Zeit. Vielleicht sollten Sie nicht die Tür öffnen. Ja, aber dann wäre ich wahrscheinlich ein Essen. Ich glaube, ich habe keine Regretungen. Ein Räbbit ist kaum ein Essen, Mark, aber ich würde es nehmen. Wir sind alle füllen. Ich glaube, es ist genug, denkst du? Wenn ich die Räbbit für Carly die Räbbit der Nacht habe, dachte ich, sie würde meine Hand nehmen nehmen. Wir sind alle auf der Seite. Nur ein paar Schlag. Ja, du hast recht. Ich wünsche mir sicher, wie viel Essen wir haben. Ich finde, es ist genug, denkst du mal? Nicht genug. Ja, ich glaube, es ist genug, dass wir die Räbbit der Niederlöse haben. Wir haben nur noch die Räbbit der Niederlöse. Wir haben einige Leute, die nicht ohne heute. Du sagst, Lilly's Lotterie wieder? Kenny wird es schuldig. Sie denkt, dass jeder eine gleiche Chance hat, um mich zu verlieren. Du denkst, dass Kenny noch mehr Glück hat als wir hier sind? Ich hoffe, dass ich so. Ja, zwischen dem Essen und dem Kenny und Lilly, die ganze Zeit kämpfen, Dinge sind ziemlich tense, nach dem Motor Inn. Du weißt, Kenny hat schon gesagt, wenn er das R.V. geht. Ja, das ist halt der kleine Asch. Ja, das ist halt der kleine Asch. So ein Wichser. Ich hätte ihn echt... In der ersten Person hätte ich ihm so einige ballert, echt. Ich hätte ihn so umgeklatscht. Oh meinst du? Alles gut, der kann nicht sein. Das ist eine lange Sorge. Ich muss den bullets aufbauen. Schwach, wenn ich nicht so etwas kann, muss ich die Schuze nicht schrauben. Dann treffe ich aber auch. Was hast du denn denn ihm getroffen? Oh, oh, da schreit jemand. Es gibt Ärger, Leute. Auf ins Getümmel! Vom geschlachten! Nein, das ist nicht Kenny. Ah, Jesus Christ. Oh, shit. No, no. Please don't kill us. We just want to help our teacher. We'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get it off. Get it off, goddammit. Get it off me. Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that. What, guys? Why the fuck is there a bear trap out here? It's okay. We're not gonna hurt you. Don't listen to them, Ben. Please, just let us go. We're not a threat to you. Can't chill out. We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up. Please, fuck up. Gotta help us. Please. Then shut up. My dad was special forces. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that you can leave us or whatever. I don't care. Please. I gotta get him out. 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 Oh, God, thank you. Fine, but you gotta hurry. Hurry, please. Hurry. Oh, Shire's in there. Come with your sword. Lee, this trap's been altered. There's no release latch. Oh, no. Uh-oh. Shit. Walkers. Now we'll never leave. Please. Get me out of this. Mark, get the boys back. Kenny, keep those walkers off of me. Come on. Please. Please. You can't just leave him like this. Please. Come on. It's good. 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 I would somebody do this. Hurry. Come get the chain. Oh, God. He can't die. Ah. This is bad. Oh, God. Oh, God. Let's go. Let's go. Please. Oh, that blood and screaming. We're going to be surrounded. There's got something we can do. We'll try something. Aha. Oh, nein. Oh, nein. Oh, God. I'm going to catch you out. No, no, no. Try the traffic. Damn it. He's cut off his fucking leg. We don't have time for that. I'm sorry, but we have to fly. Ah, my God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Ah, nochmal. Ah, my God. Ah, my God. Oh, my God. Ist das. Ah, my God. Ah, Alter. Der wäre eigentlich unmächtig bei den Schmerzen. Bei den Schmerzen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Irgendwann wird er unmächtig bei dem Schmerzen, Alter. Oh, my God. Ah. Ich fühle gerade den einzelnen Schlag aufs Bein mit, Leute. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ah, ich fühle gerade den einzelnen Schlag aufs Bein mit, Leute. Nein! Ja. The Walking Dead. Ich fühle gerade jeden einzelnen Abschlag mit, Leute. Ah. Das wollte ich wirklich nicht. Es tut mir so leid. Ich bin ohne Zweihunger und Hilfe. Das fällt dir ja schon mal super an. Das fängt jetzt schon mal prima an. Das ist ja richtig geil. Oh, Clementine hat ein Fußball. Ducks am Zeichnen, normal. Nini ist mit dem Gewehr auf dem Tor. Und der Penner ist an der Mauer angepasst. Der Penner ist etwas dafür. Der Moral ist eine der Mauer hervorbeformulierung. Der Moral wird mein Körper durch die Suchan gespeichert. Und schau ja noch dem Gewehr. Der Moral wird verlassen, dass der Farben anwenden Gewehr entlang überlebt. Der Moral ist doch auch eine der Siege zu verlieren. Geht die Gäste öffnen! Wir haben uns getötet! Shit! What the hell are they doing? Komm, komm! Oh mein Gott! What happened? What's going on? What's going on? Lee! Are you okay? Get him into the trunk. I'll see what I can do. Kat! Can you fix him? Jesus, Ken! Lee! Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here! What are you thinking? Hey, you wanna calm down for a fucking minute? No, I don't. I want to know why you thought bringing more Mouths to feed was what I meant. We don't let anything back. Gid's just. So what? No, no, no. Just go back. We have to focus on our group right here right now. Well hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. Die only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? Um, no. Fine, you guys fight it out there. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on. You're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to leave this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around. But now that it's running out, suddenly I'm a goddamn nut. It doesn't matter who's in charge. Those people are here now. Because we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence, but sooner or later you're gonna have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? I hope he's hurting. I just wish I just wanted to do this. I think this is easy for me. Everyone is starting to hate me because I'm the one that rationed the food. But nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. Okay. Du hast nur vier Nahrungsstellen für zehn hungrige Leute. Also im Penner geben wir auf jeden Fall schon mal gar nichts. Das ist schon mal ganz klar. Ja. Scheiße, ey. Scheiße. Wieder so ne schwere Entscheidung. Was haben wir überhaupt da alles? Sind ja was für zwei Kekse, einen Apfel und irgendwas mit einem Bullen, einem Stierkopf drauf. Ich glaub das soll ein Chip sein oder so. Schauen wir mal. Wir gehen mal durch das Lager und gehen mal mit den Leuten mal gucken was die uns zu sagen haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er wird okay sein? Ich weiß nicht. Kann ich mir eine Hand kurz kurz? Ja. Was brauchen Sie? Ich versuche etwas Druck hier, während ich das versuche. Ich versuche das zu schützen. Ich dachte, ich war zu verwendet. Das ist die Menschen. Aber ich meine, die Körgüse und Körgüse sind eine Sache. Aber please, dieser Mann hat keine Kugel. Ich habe das richtig gemacht. Ja, ich weiß, du hast. Das richtig gemacht ist manchmal schade. Ja. Okay. Das sieht echt übel aus. Es tut mir immer noch so leid. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste es tun Leute. Das ist voll scheiße. Aber er hätte beim ersten Schlag schon unnächtig werden müssen. So hart wäre er Schwarzschmerz gewesen. Okay. Ich würde sagen, wir geben sie mit Herrn Neues für Sicherheit. Stücke Fleisch, rein Apfel. Wir geben ihnen Apfel. Was? Okay. Und Duck auch, weil er... Ich würde sagen, dass er ein bisschen was für den Körgüse betrachtet hat. Ich würde sagen, dass er ein bisschen was für den Körgüse macht. Und ich würde sagen, dass er sich in den Körgüse macht. Ich würde sagen, dass er die Körgüse macht. Das ist kein Geheimnis, Lee. Das ist wahrscheinlich unser Bestes Betten. Schau, du hast gut für mich und meine Familie gemacht. Du hast Duck aus diesen... Monstern. Und du hast mit Larry in der Drogstor. Ich werde das nicht vergessen. Du und Clem sind willkommen zu kommen mit uns. Wir brauchen dich hier. Wir haben eine bessere Chance von überleben als Gruppe. Our best chance of surviving is to get away from the mainland. My mind is made up. Ach, Kenny. Ach, Kenny. Wir gehen mal mit Carly was. Wir gehen mal mit Carly. Mal gucken. Mal gucken. Wir gehen mal mit dir von. Okay. Ich will nichts sagen. Können wir da nichts machen. Ich bin mal zu machen. Mach! So ein Wichs. So ein blöder Behinderter. Alter Vetter. Nö, der kriegt nichts. Nö, das geht mir mal. Nö, das geht mir mal. Das ist in die Eile. Wir sind undankbarer Menschen. Ich bin noch ein Blöder. In der Wunsch. Wir sind die Schnauze. Wir schauen mal. Sie haben sich die Schnauze? Ja, uns das ein Schnauze geben. Ich habe es nicht. Ich habe die Schnauze. Ich bin doch ein Schnauze. Ich bin sicher Lee ist ziemlich sick von dir denken, dass er ein gefährlich zu der Gruppe ist. Ist das was du ihm gesagt hast? Ja. Und was sollst du machen? Schau, ich weiß nicht, was es ist. Aber du zwei musst du versuchen zu gehen. Die einzige Sache, die ich muss machen, ist zu retten, meine Frau. Und jetzt, das bedeutet, dass diese verdammte Wall fixiert. Das war ein untermacher Mensch. Echt, furchtbar. Furchtbar. Ich weiß schon, warum ich den jetzt erst noch nie mache. Ah, jetzt können wir entscheiden. Sollen wir es selber erst noch jemand anderen geben? Ja. Das würde ich nur an sich nehmen, würde ich das auch machen. Ich könnte, ich würde versuchen auszuhalten, anderen Leuten was zu essen gehen. Das würde ich machen. Komm, gib mir Ben nochmal. Ich meine, wenn er Freunde von Lüb, vielleicht hat sie ihm das auch ein bisschen auf. Danke. Danke. Es ist nicht so einfach, ist es? Ich habe nie gesagt, dass es war. Ich habe dich nicht. Ich weiß nicht, wie du das hast, um zu tun zu tun, jeden Tag zu tun. Ich habe keine Wahl. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich von Essen auszuhalten, bevor ich... Hey, es war eine schwierige Wahl. Aber du hast die Kinder gemacht. Das ist das ein wirklicher Mann macht. Ich bin ernsthaft über diese Offen, um mit uns zu kommen. Du hast mehr als erneut einen R.V. mit mir. Aber ich glaube, dass einige Leute nicht glücklich sind mit deinen Wahl. Du bist weg? Was ist mit meinem Essen? Es gibt nichts. Du hast die Leute nicht so gemacht. Du hast die Leute so gemacht. Und deine Tage in dieser Gruppe sind aufgerüstet. Du bist der Mann, der Mann, der Mann. Ja? Ich sehe nicht, dass ich dich auf dieser Seite arbeiten sehe. Ich habe die Idee, dass du in den alten Sack so ein Mensch nachher wirst. Ich habe das nicht zu essen. Ken, Lee. Komm her, bitte. Er hat es nicht gemacht, hat er? Er hat zu viel Blut verloren. Gott, verdammt. Ich bin mit diesem Scheiß. Du kannst zurück. Es gibt nichts... Ich lässt ihn weg, Kadja. Was? Er braucht nur Zeit. Es hat nur Zeit. Es hat eine kürze Morgen. Das Mann, du haste, habe ich versucht, aber er nicht ging. Shit! Okay, er ist gestorben. Schade! Ach mal! Was? What the?! Lass ihn los! Lass ihn los! Blöder Kerl! Blöder Kerl! WESTERT! Geh weg, du Arschgeige, zieh deine, oh, du Idiot, geh weg, hau ab, zieh deine, dieg'em! Shiiiit! Warum hast du uns nicht gesagt, dass er gebetet hat? Was? Er gebetet hat, und du hast nicht gesagt, eine gute Worte! Aber er nicht gebetet hat, ich versuche! Du bist hier nicht gebetet, kam zurück zur Leben und versucht zu töten meine Frau zu töten! Was? Warte, ihr alle nicht wisst? Was zur Hölle bist du? Es ist nicht die Bite, die es macht. Du zurückkommst, egal wie du sterben. Wenn du nicht das Gehirn verletzt, ist das nur was passiert. Es wird uns alle passieren. Wir sind alle infectiert? Alle? Ich glaube so. Ich weiß nicht, dass ich nur Leute gesehen habe, die ich nicht verletzt habe. Als ich zuerst gesehen habe, waren wir alle in einem Gym. Und alle denken, dass wir endlich sicher sind. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, glaube ich? Ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat ein paar Pille. Aber viele von ihnen... jemand ging in der Mädchen den nächsten Morgen. Und... Gott... zurück! Wow, Frau, relax! Ich und mein Bruder, wir... wir wollen nur wissen, ob ihr uns helfen könnt. So, Leute. Ich mache kurz einen Cut. Und ich würde sagen, das reicht erstmal für den Part. Ich würde sagen, wir haben die Menge erlebt. Sagen wir es mal, wir haben schlimme Dinge getan. Schlimme Dinge, die nicht sehr schön sind. Ja. Ja. Böse Dinge. Böse Dinge. Ja, böse Dinge. Aber naja. Und haben uns ja den Menschen an Sachen getäuscht. Also, ich dachte, überliegt das noch. Also, schade. Ja. Dann hätten wir ja auch ganz zurücklassen können. Also... Ja. Doof gelaufen. Aber, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play The Walking Dead. Bis dahin, Leute. Euer Yoshi Gamer. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann. Haut rein.